Ich habe die Suite bekommen, 2002. Hier sehen Sie das wundervolle Badezimmer mit Badewanne, Blick zum Wohnen und zum Schlafzimmer, Toilette mit die Badedusche, jede Menge Handtücher und riesengroße Balkone, schönes großes Bett, zwei Tonne Flatscrims. Traumhaft schön. Bei der Suite ist schon etwas ganz Feines. Hier zwei Lieblings auf dem Balkone, bei der Sitzecke. Man kann die Sonne genießen. Hier sehen wir den Strand. Schöne große Obstkorb, wunderschöne Rosen. Raumhaft. Hier ist die Minibar. Hier seht ihr noch den begehbaren Kleiderschrank. Das ist halt noch etwas Feines. Zwei Stunden davor. Nochmal eine separate Toilette. Und das ist die Suite im Überblick. Hier ist ein Stück. Hier ist ein Stück.